Spieltag Nummer 6 der 2. Bundesliga steht an und wir wollen uns jetzt alle Spiele angucken und wollen alle Spiele tippen. Schreib deine Tipps gerne mal unten in die Kommentare und abonnieren natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Wir beginnen am Freitag um 18.30 Uhr und hier mit der Partie Schalke 04 gegen Darmstadt 98 und ich glaube, das wird für beide Mannschaften so eine richtig wichtige Partie, denn wenn Schalke 04 heim in der Felddienstarena hier wieder verliert, die Zündschnur auf Schalke ist schon relativ kurz dementsprechend, dann wird es für Karik jetzt langsam, aber sicher knapp. Auf der anderen Seite Darmstadt 98 mit einem wichtigen Punkt ja letzte Woche, der war einfach wichtig, auch für Florian Kohfeldt, der sein erstes Spiel als Darmstadt 98 Trainer gegeben hat. Das hätten auch durchaus drei sein können, aber es war am Ende dann doch nur ein Punkt, man steht jetzt bei zwei. Dementsprechend ein Spiel für beide Mannschaften, ultimativ wichtig. Ich als Schalke-Fan in der Felddienstarena glaube natürlich an den Schalker Sieg. Tippe hier, deswegen ein 2 zu 1, muss aber auch dazu sagen, individuell würde ich den S04 eigentlich drüber schätzen. Eigentlich. Gegen den KSC hat man zumindest relativ wenig gezeigt, aber 2 zu 1 für den S04. Wir kommen zur nächsten Partie und das ist der SC Paderborn gegen Hannover 96 und das ist so ein kleines Spitzenspiel, wo ich richtig gespannt bin, denn Paderborn letzte Woche dieses 3 zu 3 gegen Preußen Münster, das tat natürlich ein bisschen weh und damit musste man oben auch so ein bisschen abreißen lassen, weil man jetzt einfach drei unentschiedene in Folge hat. Auch davor ja nicht so hundertprozentig überzeugt. Hannover mit dem souveränen Sieg gegen Kaiserslautern hat gezeigt, dass man in dieser Saison mit Hannover rechnen muss. Jetzt spielt man natürlich in Paderborn, dementsprechend wird das nicht ganz leicht und ich glaube deswegen, dass man sich am Ende neutralisieren wird. Ich glaube am Ende wird das auf ein 1 zu 1 hinauslaufen. Keine drei Punkte für beide Mannschaften, für Paderborn das nächste Unentschieden und damit so ein bisschen zu wenig für beide Mannschaften, 1 zu 1. Wir kommen zum Samstag 13 Uhr und damit zu einer Partie, wow, Düsseldorf gegen Köln, der Tabellenerste Düsseldorf empfängt den ersten FC Köln, dem momentan Tabellen achten und die natürlich komplett frustriert vom letzten Spiel gegen Magdeburg, wo man einfach gewinnen muss. Du musst hier um jeden Preis dieses Ding gewinnen, du tust es nicht, du verlierst am Ende. Düsseldorf im Zuge einer Spitzenmannschaft, momentan vier Siege, ein Unentschieden. Die spielen einen brutal guten Fußball. Ich glaube, es werden wieder ultimativ viele Köln-Fans in der Merkurspiel-Arena sein. Das wird ein richtig geiles Spiel, es wird richtig viel Spaß machen. Ich würde auf dem Platz momentan die Düsseldorfer vorziehen als qualitativ, ja doch besser eingespielte Mannschaft, die ein bisschen mehr Erfahrung hat in Liga 2, die einfach gefühlt besser mit dieser Liga klarkommt. Doch gleichzeitig darfst du die Kölner nie unterschätzen. Das ist genau der Punkt, die darfst du einfach nicht unterschätzen, weil die haben eine individuelle Qualität, die halt brutal gut ist. Ich schwanke auch hier schon wieder auf ein Unentschieden zu tippen. Wisst ihr, was tue ich? 2 zu 2 am Ende. Das wird ein geiles Spiel, da habe ich richtig Bock drauf. Wir kommen zur nächsten Partie und das ist Eintracht Braunschweig gegen die Spielvereinigung Fürth und die Fürther. Die mussten so ein bisschen strauchen gegen Elversberg, nur mit einem Unentschieden. Das ist natürlich bitter. Braunschweig immerhin auch mit einem Punkt in Darmstadt. Der ist durchaus wichtig, weil ansonsten läuft momentan einfach sehr, sehr wenig. Man ist immer noch auf Rang 18, hat jetzt eben einen Punkt geholt. Auch vielleicht fürs Selbstbewusstsein durchaus hilfreich, durchaus sinnvoll. Bei 4 zu 16 Tordifferenz, das tut natürlich auch einfach weh. Muss ich sagen, ich schätze, ihr führt einfach stärker ein. Es tut mir leid, aber ich schätze, ihr führt einfach deutlich stärker ein und glaube, auch Fürth wird sich am Ende durchsetzen. Man hat die höhere individuelle Qualität und auch wenn man so ein bisschen schauen muss in den letzten Spielen, ist man einfach besser drauf und ist einfach die bessere Mannschaft am Ende. Deswegen tippe ich hier am Ende auf ein 1 zu 2 für Fürth und damit auf einen wichtigen Sieg. Die nächste Partie ist der Klub, der 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC. Die Klubberer jetzt am Wochenende mit dem Sieg in Ulm, wie auch immer der dann zustande kam. Auf der anderen Seite die Hertha frustriert natürlich über die 0-2 Niederlage gegen Düsseldorf. Das meine ich, Düsseldorf wirklich wie eine absolute Spitzenmannschaft. Und ich bin sehr gespannt auf die Partie, denn die Klubberer zeigen immer in Ansätzen, was sie können. Und dass sie so eine unfassbar gute Qualität auch mittlerweile im Kader haben, das zeigen sie aber nur zu kurz. Auf der anderen Seite die Hertha hat halt auch eine brutal gute, geile Qualität, die eigentlich so viel mehr können sollte. Aber auch die zeigen es eben nur in Ansätzen und zeigen es nicht über 90 Minuten. Trotzdem muss man hier für mich persönlich eher auf Seiten von Hertha sein. Das aber alles andere als eindeutig. Ich sehe hier die Hertha als leichten Favoriten, aber nicht so wirklich stark, wie ich das eventuell noch vor ein paar Wochen gedacht hätte. Deswegen ein knappes, aber siegreiches 0-1 für die Hertha. Wir kommen zum Samstag 20.30 Uhr und das ist die Partie Kaiserslautern gegen den HSV. Wow, das ist natürlich zweite Liga at its best und das wird so richtig nice, denn die Stimmung, die kann ich jetzt schon völlig spüren, wie es am besten Berg dort abgehen wird. Egal ob Heim- oder Auswärtsbereich, das wird einfach geil Gänsehaut und hoffentlich dann auch ein geiles Spiel. Und wenn man diese beiden Mannschaften dabei hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da viel gehen wird, denn die beiden Mannschaften können durchaus offensiven Fußball spielen, beziehungsweise wollen es auch. Deswegen glaube ich, das wird ein interessantes Spiel. Man muss dazu sagen, der HSV ist von der individuellen Qualität nochmal eine Nummer über Kaiserslautern. Das ist nun mal einfach so, aber ich glaube, Kaiserslautern wird das in vielerlei Bereiche wettmachen, in denen man viel arbeiten wird, viel kämpfen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es am Ende ein Sieg für den HSV wird und ich bin mal bereit zu sagen, das wird ein spektakuläres Spiel und ich bin mal bereit zu sagen, das wird ein 2 zu 3 für die Hamburger. Wir kommen zum Sonntag 13.30 Uhr und beginnen hier mit einer Partie der Aufsteiger Jan Regensburg gegen Preußen Münster und das ist natürlich ein Spiel, das wollen und müssen beide eigentlich gewinnen, denn wenn ich gegen die Mitaufsteiger, gegen wen denn dann? Du musst hier eigentlich jetzt um jeden Preis 3 Punkte holen und genau das ist das Problem. Es gibt nur einmal 3 Punkte zu holen und dementsprechend wird das super schwer. Preußen Münster jetzt am Wochenende dieses starke 3 zu 3 gegen Paderborn. Auf der anderen Seite Regensburg natürlich auf Revenge aus, nachdem man auch schon ein bisschen hart unter die Räder gekommen ist beim HSV, spielt man heim, muss deswegen für mich persönlich Jan Regensburg als leichten Favoriten sehen. Die haben es ja auch schon dem anderen Aufsteiger Ulm richtig schwer gemacht, das Spiel am Ende sogar gewonnen dann auch. Dementsprechend würde ich persönlich tendenziell eher ein wenig auf Regensburg tippen, aber irgendwie sagt mir mein Herz, das wird am Ende ein 1 zu 2 für Preußen Münster. Das basiert auf überhaupt gar nichts. Das ist reines Bauchgefühl, reines Gefühl. Hier wird es eben genau diesen Sieg geben, der so super wichtig wäre. Deswegen 1 zu 2 für Preußen Münster. Wir kommen zur nächsten Partie und das ist SV Elversberg gegen den SSV Ulm. Und man muss auch hier sagen, Ulm, da klappt halt auch ehrlicherweise nicht so wirklich viel. Man hat genau einen Punkt, ist auf Platz 17 und Elversberg, die sind brutal eklig zu bespielen. Heim an der Kaiserlinde, das wird für Ulm unheimlich schwer. Da haben sich schon ganz andere Mannschaften eben schwer getan, in dieser Saison ja schon Darmstadt und auch die Kölner, die es einfach nicht hinbekommen haben, das eigene Spiel durchzusetzen. Im Gegenteil, wie Darmstadt zum Beispiel, aber richtig unter die Räder geraten sind dann noch. Und ich glaube auch für Ulm wird es hier nicht viel zu holen geben. Denn Elversberg hat einfach auch Spieler im Kader, die sind vielleicht nicht die größten Namen, die es gibt. Die sind aber in der Gesamtheit so brutal effizient, so brutal gut. Und dementsprechend glaube ich, das wird am Ende ein Sieg für Elversberg. Und das wird ein 2 zu 1 für den SV Elversberg an der Kaiserlinde werden. Zum Abschluss gibt es dann noch das absolute Spitzenspiel, der 1. FC Magdeburg gegen den KSC. Da bin ich richtig gespannt drauf. Denn 11 Punkte trifft auf 13 Punkte der KSC natürlich momentan mit einem absoluten Lauf. 4 Siege, 1 Unentschieden. Bei Magdeburg sind es 3 Siege, 2 Unentschieden. Das macht einfach total viel Spaß, beide Mannschaften zuzuschauen. Denn 11 Tore und 10 Tore bei 4 Gegentoren, 5 Gegentoren. Man spielt aber im HKS in Magdeburg dementsprechend. Das wird ein kleiner Vorteil für die Jungs von Christian Titz sein. Allerdings wissen wir auch, dem KSC könnte es einfach nicht egaler sein. Die machen auch das auswärts einfach gut. Die spielen einfach brutal guten Fußball. Ich glaube, das wird hier ein torreiches Spiel. Ich sehe gerade aber einfach noch keinen 100%igen Favoriten. KSC wahrscheinlich leicht favorisiert, weil einfach unfassbar in Form. Jetzt spielst du aber wie gesagt in Magdeburg. Dementsprechend kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die angestachelt von geilen Fans nochmal 10% mehr geben können. Ich tippe auf ein 2 zu 2. Ich war kurz davor, eigentlich ein 2 zu 3 für den KSC zu tippen, beziehungsweise ein 1 zu 2. Aber egal, wir tippen ein 2 zu 2. Und damit haben wir alle Spiele getippt. Schreib deine Tipps gerne mal unten in die Kommentare. Wo bist du vielleicht komplett anders? Wo sind wir einer Meinung? Schreib alles rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.